wusstet wer redet mit mir werfen außer einer verstärkung schicken hier geht es nicht hoch da geht es ganz schön tief runter oder kommand am fenster dank ja tatsache und hoch 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 hinaus und das dürfte auch der höchste punkt hier sein was so von hier können sie zum kursieren ok steht da ziemlich gefährlich und da oben drauf ist eine flagge ok ich habe angst runter zu fallen ja genau das hallo ich stehe nicht zufächter oben werden benutzen sie die geretteten gelehrten um unbemerkt natürlich nicht aber ist egal so ein zeich mehr partisan hier können wir noch einen bürger retten und da ist auch ein aussichtspunkt kommt wir retten ihn hier holen uns den die flagge da oben holen wir uns vielleicht irgendwann anders mal vielleicht auch nicht nicht auf ihre lügen nicht auf ihre lügen nicht auf ihre lügen wieso kann ich ihn nicht locken hm ich denke ich sollte euch dann aber denkt nicht dass ich es nicht auch alleine geschafft ich werde versuchen den gefallen zurück zu geben ich werde alles tun was ich kann das ist eine trainierung nervt mich nicht ich komme nicht hoch natürlich nicht einfach meine herausforderungen sind immer so ja ok aber ob sie fragt das unseren firmanten versuch mit ihr dann soll es bis wir einmal rum dann holen wir uns nochmal was ist das hier ach so nur ein aussichtspunkt ok holen wir uns den hier mal irgendwo muss ja das dritte sein was wir brauchen ähm wir müssen nur darum wissen und so sage ich euch oh ist die von meiner herausforderung einfach nur bogenschützen töten friede sei mit euch bruder obwohl mir selbst kein frieden vergönnt ist geschieht mir recht schätze ich ich war zu tollkühn und wilhelm hat seine bogenschützen entsandt ich würde mich ihrer selbst annehmen aber ich habe nicht euer geschick wäret ihr bereit sie aufzuspüren und zu töten vielleicht kann ich euch von nutzen sein falls ihr mir helft aber seid vorsichtig und lasst euch nicht sehen lasst euch nicht sehen ich meine die bogenschützen sind oben ne ok hier ist der erste oh der guckt mich an ist der zweite müsste hier sein oder hallo der dritte müsste dann ja da hinten sein da oben komm wir gehen hier lang oh packen wir nicht rüber kommt nicht mehr ach verdammt verdammt da hat sich im letzten moment umgedreht das ist machbar das schaffen wir das ist doch machbar hier das ist doch machbar hier wir müssen alles tun um sie zu unterschätzen man quatscht sich nochmal voll oh eine flagge aber ich brauche doch jeden für jeden für unsere die opfer haben jeder muss das einige tun ok dann drehe ich mir weg machst du nicht ne dann wo war der hier na toll na toll ich hab ja ein glück oh ich hab ein mega glück krug träger können leicht ihre deckung verraten na komm einmal noch ja friede sei mit euch bruder obwohl mir selbst kein frieden vergönnt ist ach jetzt quatscht du mich voll geschieht mir recht schätze ich ich war zu toll kühn und wilhelm hat seine bogenschützen entsandt ich würde mich ihrer selbst annehmen aber ich habe nicht euer geschick ja ist ja gut werdet ihr bereit sie aufzuspüren und zu töten vielleicht kann ich euch von nutzen sein falls ihr mir helft ja aber seid vorsichtig und lasst euch nicht sehen ja lebt nicht auf ich bin armherr ich brauche das gehen ohne unsere hilfe rica und seine mann in das heilige land nicht befreien wir müssen alles tun und nicht unterschätzen ah jetzt kommt er hier hin ne jetzt kommt er hier hin so den haben wir bei den anderen dahinten müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen oh oh das ist ja nervig da war ich bin den kann sie sagen wir brauchen sie auf uko und vertrieben sie aus den umliegenden landen nun ziehen sie sich in den süden zurück und wettern bei saladin um schutz nur dass er sie nicht zu schützen vermag jemand kann der macht noch völlig sicher sehen ich muss alle in den Wien sein ich bin ja alle in den Wien was denn? ich hab nichts gesehen komm, einmal versuch ich's noch wenn ich hier rauskommen wenn er mich jetzt wieder direkt anschaut dann hab ich doch keine Zwischenzung er steht auf der Leiche des anderen jetzt geht er sich hier hin, genau so und der hier treut uns doch auch, oder? bewegt er sich, okay oh, der war knapp so, tschüss zu Penner und jetzt den letzten der war da oben na, also das war auch einfach, oder? und zurück zum Informanten ähm, der war oh ja, das ist doch nett so, da hinten haben wir aber noch eine Herausforderung, glaube ich oder? wieder zurück, Alter, ihr ihr braucht immer jemanden, der eure Drecksarbeit verrichtet was? dieses Mal hat Al-Mualim nichts befohlen nur für mein eigenes Vergnügen bitte ich euch einige Massia-Flaggen zu finden die ich in Richards Viertel versteckt habe bitte kommt baldestmöglich zurück denn ich habe etwas für euch ja, aber versteckst du es dann erst, ha? es sind wichtige Informationen ach so aber dieses Mal versucht schneller zu sein geht's denn los? ah ja, okay weiß ich nicht auf jeden Fall hat's nicht geklappt oh, was machst du denn? drauf, drauf, springen wow, 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 vorsicht ähm, ach, da ist der nächste okay nein, nicht runter da lang hab ich eingesammelt? jo und das letzte hi na, Gott sei Dank hier ist alles, was ich über Wilhelm von Montferrat weiß er und Richard hatten eine Meinungsverschiedenheit bevor der König Genjaffa aufbrach seitdem bleibt Wilhelm in seiner Zitadelle umgeben von seiner Armee glaubt ihr, dass ihr ihn in dieser beschützten Umgebung angreifen könnt? ups wir werden es sehen, aber noch zweifelig also so Nachforschung beendet okay, okay dann es gibt doch bestimmt noch was erstmal möchte ich hier noch hier den Aussichtspunkt einsammeln und Schalterhaufen oder so oh, hallo ja, ja genau haltet eure Augen offen er wird bestimmt wiederkommen mhm Bewegung so, hier sind wir schon mal dann mal hier rüber wow genau, stolper noch der muss aus dem Weg leider na, was heißt leider komm ich hier hoch? ne ähm ich stehe da hinten lang so, hier muss man ja auf diese Mauer kommen können ah, da ist die leider ich höre, die müssen dann alle weg nein, sondern da kann man nämlich hoch ja, hör auf zu jammern hm wie komm ich da hoch ist da irgendwas? kann ich springen? ne bin ich hier auf die Mauer ja oh, das hat geklappt warum auch immer, wie auch immer dann schauen wir doch mal oh, das war eine schlaue Idee hier so rumzukriechen jetzt wissen wir schon mal welche Seite es nicht ist na, wahrscheinlich hätte ich einfach nur hier nach oben ne da ist ja so ein Griff jo ich bin ein Head yay okay, das klappt nicht ist das hier schon ein Aussichtspunkt? ne ähm jo wie kommen wir da hoch? balla hm wow, wow, wow das ist ein Quatsch sag ich mal her da ist nix da ist nix hm 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 wie kommen wir da hoch? hm ich weiß es nicht kannst du nicht die Tür aufmachen? öffne die Tür nee, da kommen wir nicht ran oh, da kommen wir doch ran okay normalerweise wenn ich sowas versuche dann stößt er sich ab und fliegt dann mir den Abgrund runter okay ah, hier ist ein Fenster gut, gut, gut diesmal war es die richtige Entscheidung so rumzugehen es ist mir so rumгу Vielen Dank.